Das ist Frau Fuchs. Frau Fuchs ist Referendarin und wird in der Klasse 10a den Sportunterricht übernehmen. Diesen hat sich Frau Fuchs vorbereitend im Rahmen einer Hospitation bereits angeschaut. Dabei ist ihr aufgefallen, dass die Gesichter und die Körpersprache von einigen Lernenden eher gelangweilt aussahen. In ihrer ersten Stunde mit der Klasse nimmt sich Frau Fuchs daher die Zeit und fragt die Lernenden, was ihnen bisher am Sportunterricht gut gefallen hat, was ihnen nicht so gut gefallen hat und was sie sich für den zukünftigen Sportunterricht wünschen würden. Paul und Paula melden sich. Die beiden finden den Sportunterricht langweilig und eintönig. Sie würden sich mehr Abwechslung wünschen, vor allem mal andere, moderne Sportarten. Dann erzählen die beiden begeistert von ihrem Hobby, dem Skaten. Weitere Klassenmitglieder äußern sich ähnlich. Frau Fuchs kommt ins Grübeln. Es muss doch eine Möglichkeit geben, diese Begeisterung der Lernenden auf den Sportunterricht zu übertragen. Doch wie kann das am geschicktesten gelingen? Sie nimmt sich fest vor, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt. Bei der Vorbereitung der nächsten Stunde denkt Frau Fuchs über die Aussagen der Klasse nach und überlegt, wie sie ihren Unterricht motivierender gestalten könnte. Sie erkennt, dass die Jugendlichen grundsätzlich Spaß an Bewegung haben. Allerdings scheinen sie ein großes Interesse an den neuen Trendsportarten im Sport zu zeigen. Paul und Paula zum Beispiel scheinen großen Spaß am Skaten zu haben. Aber mehr noch, auch ihre Sprache, ihre Kleidung und ihre Gestik deuten darauf hin, dass sie sich mit der Skaterszene identifizieren. Ich bin doch sicherlich nicht die Erste, die die Interessen der Lernenden in den Sportunterricht übertragen möchte, denkt sich Frau Fuchs und beginnt ihre Recherche. Dabei stößt sie auf das Konzept von Christian Wopp, welches sich an den gegenwartsorientierten Sportbedürfnissen der Jugendlichen orientiert. Dessen Leitidee ist die Gestaltung eines Sportunterrichts mit Jugendlichen anstelle eines Sportunterrichts für Jugendliche. Genau das ist es, wonach Frau Fuchs gesucht hat. Schauen wir uns dieses Konzept daher etwas genauer an. In seinem Konzept Sportunterricht mit Jugendlichen verfolgt Wopp schwerpunktmäßig drei Ziele. Erstens sollen Lernende die Vielfalt des Sports kennenlernen, um ihren Horizont erweitern zu können. Wopp möchte Lehrende zu der Vermittlung eines offenen und weiten Sportverständnisses im Schulsport ermutigen, sodass die Vielfalt als Merkmal des außerschulischen Sports zumindest in Teilen auf den Sportunterricht übertragen wird. Vor dem Hintergrund weitgehend unstrukturierter Lebensbedingungen der Jugendlichen außerhalb der Schule möchte Wopp die Handlungsfähigkeit schulen. Die Vermittlung von Strategien zum selbstständigen Lösen von Aufgaben und Problemen ist daher die zweite Zieldimension. Im Sinne einer Kompetenzorientierung geht es also darum, dass die Jugendlichen Problemlösungsstrategien erwerben. So können sie auch auf zukünftige Trends selbstständig und kompetent reagieren. Wopp möchte drittens den Jugendlichen ermöglichen, Modernisierungsstrategien des Sports mitgestalten zu können. Über das im Sportunterricht Erlebte sollen Reflexionsprozesse zu Modernisierungsprozessen des Sports angeregt werden. Im Sinne einer reflexiven Modernisierung sollten im Sportunterricht die besonderen Erlebnisgrundqualitäten der behandelten Sportform herausgearbeitet werden. Die ermittelten Erkenntnisse sollen den Jugendlichen helfen, sich moderne Formen des Sports selbstständig zu erschließen, diese kritisch zu reflektieren und mitgestalten zu können. Die Inhalte des Sportunterrichts sollten nach Wopp auf drei Ebenen gedacht werden. Zum einen betont Wopp den Umfang und die Wahlmöglichkeiten im Sport, die im Gegensatz zum stark begrenzten Zeitrahmen des Schulsports stehen. Um dennoch eine passende Auswahl zu treffen, plädiert er für die Beteiligung der Lernenden an der Inhaltsauswahl. Zum einen sollten die Interessen der Jugendlichen im Sportunterricht mit aufgegriffen werden. Gleichzeitig sollten jedoch auch neue Erlebnisse und Erfahrungen gemacht werden können. In diesem Zusammenhang fordert Wopp im Sinne einer ganzheitlichen Bearbeitung dann das Arbeiten in Themenfeldern. Die Eingebundenheit des Sports wird seiner Meinung nach nicht an einer konkreten Sportart deutlich, sondern vielmehr ausgehend von gemeinsamen Inhalten und Formen innerhalb verschiedener Themenfelder. Zuletzt legt Wopp einen inhaltlichen Fokus auf die kritische Auseinandersetzung mit Sportszenen. Wopp spricht von einer reflexiven Bearbeitung und betont, dass der Schulsport nicht als Kopie jugendlicher Sportszenen gestaltet werden sollte. Vielmehr sollte er eine Brücke zum außerschulischen Sport herstellen und dabei Aspekte wie beispielsweise jungen Mädchenrollen, Rituale oder Konsumgewohnheiten kritisch thematisieren. Für diese Aufgabe, einen Sportunterricht mit Jugendlichen zu gestalten, gibt Wopp auch einige Methoden an die Hand. Die Lehrkraft soll nicht mehr nur die zentrale Fachperson für das Bewegungslernen sein, vielmehr wird sie zum Lernbegleiter und Chaos-Piloten für die Lernenden. Das heißt, die Lehrkraft unterstützt die Jugendlichen beim Navigieren durch den Dschungel des Lebens. Dabei passt die Lehrkraft ihr Verhalten situativ an, übernimmt Verantwortung und hat Instrumente für die Unterrichtsgestaltung, lässt jedoch auch Grenzen ihrer Kompetenzen erkennen. Wopp spricht in diesem Zusammenhang von der Funktion eines reflexiven Vorbilds. Als weiteres methodisches Mittel plädiert Wopp dafür, die Kompetenzen Jugendlicher zu nutzen und zu erweitern. Die Lehrkraft öffnet den Sportunterricht demnach für die Schulung vielseitiger Kompetenzen, auch außerhalb des Bewegungslernens. Stößt die Lehrkraft beispielsweise an eine Grenze ihrer Bewegungskompetenz, können sich Jugendliche als Expertinnen und Experten in ihren bevorzugten Bewegungsformen mit ihrem Wissen und Können im Sportunterricht einbringen, indem sie selbst Teile einer Unterrichtsstunde leiten. Es müssen laut Wopp auch nicht unbedingt die klassischen methodischen Übungsreihen erarbeitet werden. Stattdessen darf die Einfachheit des Lernens und Übens im Mittelpunkt stehen. Fehler und kleinere Misserfolge sind dabei etwas Selbstverständliches. Mehr noch. Denn Umwege erhöhen bekanntermaßen die Ortskenntnis. Zuletzt schlägt Wopp zur Bearbeitung der Themenfelder die Zusammenarbeit in Gruppen vor. In kleineren Projektgruppen kann geübt werden, sich Informationen selbstständig zu beschaffen, Probleme selbstständig zu erkennen und zu bearbeiten und unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen. Auch das öffentliche Präsentieren kann so geschult werden. Das Konzept nach Wopp, bei welchem die jugendliche Sportwelt zum Inhalt des Sportunterrichts wird und Lernende füreinander als Expertinnen und Experten agieren, hat Frau Fuchs überzeugt. Sie möchte es direkt anhand des Skatens umsetzen. Sie schlägt das Thema der 10a vor. Die Klasse ist sehr begeistert. Vor allem bei Paul und Paula kann man in den Gesichtern ein breites Lächeln erkennen. Frau Fuchs erklärt, dass Paul und Paula die Experten für dieses Thema sind und als unterstützende Charaktere fungieren sollen. Die anderen Lernenden haben somit die Möglichkeit, viel von den Experten zu lernen. Die Klasse 10a ist einverstanden. Der Plan steht. Ein paar Tage später setzen sich Paula und Paul mit Frau Fuchs zusammen und erarbeiten die Ziele, Inhalte und Methoden der kommenden Sportstunden. Sowohl Frau Fuchs als auch Paul und Paula erweitern dabei ihr Wissen. Drei Wochen später ist es dann endlich soweit. Unmittelbar gegenüber der Schule befindet sich ein Skatepark und stellt eine günstige Möglichkeit zur Erschließung der Sportart Skaten dar. Frau Fuchs verlässt mit den Lernenden der 10a gemeinsam geordnet die Turnhalle, um den Skatepark aufzusuchen und zu erkunden. Vor Ort beschreibt Frau Fuchs ihre Rolle als Unterstützung für das Experten-Team Paul und Paula, wobei sie darauf achten wird, dass alles gut läuft und sie für Rückfragen oder auftretende Probleme zur Verfügung steht. Wenig später stehen alle auf den Brettern. Zur Bordgewöhnung erklären Paul und Paula zunächst einmal, wie man richtig auf den Skateboards steht, bremst und sich korrekt fortbewegt, ohne die Kontrolle zu verlieren und zeigen dies auch vor. Die Lernenden probieren sich aus und haben dabei sichtlich viel Spaß. Vorerst läuft Frau Fuchs noch viel herum und hilft hier und da. Für sie selbst ist es eher ungewohnt, als Lehrkraft so passiv zu agieren. Immer mehr findet jedoch auch sie sich in ihrer neuen Rolle zurecht und rückt selbst in den Hintergrund. Sie beobachtet das Ganze von außen und macht sich Notizen. In den darauffolgenden Sportstunden der Klasse ist die Entwicklung eines deutlichen Lernfortschritts bei den Lernenden zu erkennen. Das Interesse an dem Hobby von Paul und Paula wurde bei den anderen geweckt. In den letzten Unterrichtseinheiten kann auch Frau Fuchs sich an Bord nehmen und durch den Skatepark rollen. Nach Abschluss der Unterrichtsreihe zum Thema Skateboarden fragt Frau Fuchs, wie es der Klasse gefallen hat. Insgesamt war die 10a begeistert von dieser Art des Sportunterrichts. Viele Meldungen kamen auf, bei denen weitere Vorschläge für andere Trendsportarten, wie beispielsweise Spikeball oder Flagfootball, gemacht wurden. Das Konzept nach Wop war ein voller Erfolg. Fassen wir noch einmal zusammen. Die Ziele nach Wop sind 1. Die Vielfalt des Sports erlebbar machen 2. Die Strategien zum selbstständigen Lösen von Aufgaben und Problemen vermitteln 3. Die reflexive Modernisierung des Sports. Inhaltlich beschreibt Wop hierbei, dass 4. Die Lernenden an der Inhaltsauswahl des Sportunterrichts beteiligt werden sollen, 5. Anstelle von Sportarten in Themenfeldern gearbeitet werden sollte 6. Die reflexive Bearbeitung jugendlicher Sportszenen. Für die Umsetzung dieser Inhalte gibt Wop folgende Methoden vor. 6. Die Lehrkraft agiert als begleitende Chaos-Pilotin und nimmt eine reflexive Vorbildfunktion ein. 7. Die Kompetenzen der Heranwachsenden sollen genutzt werden, indem Lernende als Lehrende Expertinnen fungieren. 8. Die Priorisierung der Einfachheit des Lernens und Übens soll Fehler zu etwas Selbstverständlichen werden lassen. 9. Der Einbezug unterschiedlicher Perspektiven kann durch projektmäßiges Lernen gewährleistet werden. 10. Der große Vorteil des Konzepts nach Wop am Beispiel der Referendarin Frau Fuchs und der Klasse 10a lässt sich dadurch erklären, dass der Sportunterricht Hand in Hand mit den Jugendlichen aufbereitet wurde. 10. Traditionelle Sportarten wie beispielsweise Turnen, Leichtathletik oder Handball haben selbstverständlich ihre Berechtigung. 10. Sie können aber auch durch Bewegungsformen wie Le Parcours ersetzt oder um weitere Trendsportarten ergänzt werden. 11. Auf diese Weise kann vermieden werden, dass der Schulsport als eine Art Gegenwelt zur Realität der Lernenden wirkt. 11. Dafür sollten die Jugendlichen ihre Ideen und Interessen einbringen dürfen. 12. So können alle die Vielfalt und Begeisterungsfähigkeit des Sportunterrichts erfahren. 12. Die Rahmenlehrpläne geben aufgrund ihrer Kompetenzorientierung viel Freiraum für die Partizipation der Heranwachsenden. 13. Der Sportunterricht im Sinne von Wop bindet demnach die Lernenden ein, sodass ein Sport mit, von, durch und für Jugendliche entsteht. 14. Jetzt bist du gefragt. 15. Entwickle eine Unterrichtsreihe für eine bestimmte Unterrichtseinheit mit einer Lerngruppe deiner Wahl, wobei Ziele, Inhalte und Methoden gemäß des Konzeptes nach Wop berücksichtigt werden sollen. 15. Entwickle eine Unterrichtsreihe für eine Pause. 15. Entwickle eine Unterrichtsreihe für eine Schlission benötet werden. 19. Entwirkung des Lernst Gefühl Landesregierung des Lern-Unters clientn Shuttle plat. 15. Entwirkung des Lernst Santa import-ifensions über 20டils Pad anlat-Kelly. 16. Entwirkung des Lernsteil He teller트� Goddorf arrangewirkung des Bl�otsου Believe, 17. Entwirkung des Lernst Lernst Fourierhe für eine Betriebsúde, 19. Entwirkung des Lernstörung Sch alan Solken-Will подготовgelung des Lilitimations Elektronom partikelieder. Vielen Dank.